Wasser wird zu Wein. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, auf einer Hochzeit. Auch seine Mutter Maria war mit dort. Nach einer Weile wurde der Wein immer weniger und war fast alle. Da kam Maria zu Jesus und sagte ihm, dass fast kein Wein mehr da ist. Sie wollte, dass Jesus ein Wunder tut. Jesus antwortete nur, warum fragst du mich um Hilfe? Es ist für mich noch nicht an der Zeit, solche Dinge zu tun. Doch Maria sagte zu den Kellnern, tut was immer Jesus euch sagt. Es gab dort sechs große Steinkrüge. Jesus sagte zu den Kellnern, füllt diese Krüge mit Wasser. Das taten sie. Als die Krüge voll waren, schöpften sie etwas von dem Wasser ab und es war zu Wein geworden. Der Wein war sogar noch besser, als der, den es vorher auf der Hochzeit gegeben hatte. Die Feier konnte weitergehen. Das war das erste Wunder, das Jesus tat. Das war das erste Wunder. Das war's, das스트 Wunder. Untertitelung des ZDF, 2020